hallo und willkommen auf meinem kanal ich möchte mir jetzt der stranding angucken habe hier den direkt aus cut habe ich mal irgendwo richtig günstig geschossen glaube ich wie auch immer ich kenne das spiel nicht ich gucke das erste mal da rein und ich hoffe da gibt es ein tutorial weil es geht auf meinem kanal darum die tutorials anzuschauen und zu bewerten ob die in der lage sind den spieler vernünftig mit der spielmechanik vertraut zu machen so dass er das spiel auch einwandfrei bedienen kann so wir gehen jetzt erstmal in optionen rein wir können hier mit dem controller arbeiten das ist ja schon auf deutsch grafikeinstellung da kommen wir mal kurz rein vollbild anzeige 1 ja das ist alles ok 16 zu 9 dort können wir auch so lassen v singt das müssen wir ausmachen das ist ja auch so bestätigen die grafikeinstellung und da müssen wir hier so das müssen wir jetzt können wir weitermachen dann lassen wir mal auf standard standard 3,7 ok die ls können wir ein machen machen wir mal auf performance wollen wir nicht zu viel machen das ist alles dann nicht mehr da amd habe ich nicht das ist aus 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 schärfen tiefen schärfe bewegen so einmal gedrückt halten und dann haben wir das jetzt abgespeichert ich lass das mal so wieder raus audio einstellungen gesamtlautstärke sound für lautsprecher können wir hier auch raus gehen und da gibt es nichts mit spieleinstellung spiel schwierigkeit da gehen wir mal nach links auf leicht anmeldung beim start beim starten oder bei dem online du musst das spiel das ist auf ein avatar anzeigen ist auf ein schilder mit spoiler infos verbergen alle anzeigen mhm 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 so dann gehen wir hier mal zurück was haben wir noch übersicht zum update open source lizenzen spiel laden neues spiel dann gucken wir mal dieses spiel unterstützt automatisch speichern bla bla so spiel schwierigkeit es gibt sogar sehr leicht ja das können wir jederzeit ändern na gut so das gefällt mir besser das kann ich auch lösen kraft handschuhe sobald die basisversion verfügbar ist kraft und schule also muss ich handschuhe jetzt mal haben wir werden sehen was das so im spiel bedeutet gewöhnlich brütsches speziell lieferentenanzug in gold und silber toll kraft und vorsicht gefahr notfall mama kohima produkt bb kapsel also sammeln 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 wieder mal ne unten sehen wir dass er am laden ist es war schon eine ganz nette ja machen wir bestätigen so aha nehmen wir denn noch mal ich bin in der konstellation und der hat die guten zeiten hinter sich ne da ist ne maske fuji ma da hat er was springen lassen um das zu produzieren so das seil und der stock mhm gut gut einst gab es eine explosion ein urknall der raum und zeit gebar einst gab es eine explosion ein urknall der ein planeten in diesem raum kreisen ließ einst gab es eine explosion ein urknall dem das heute uns bekannte leben entsprang und dann kam die nächste explosion das nächste leben ja ja kojima glaube ich auch sehr bekannt Oh, was ist da? Ja, kann man das auch mal abbringen, ja. So, überspringen, da. Ich mach extra Musik im Auge, wie die 1 Uhr aus. Ups, da geht's nicht weiter. Und ich würde auch schnell abhauen, wie das alles abbricht. Ja, guck mal, wir zeigen ihm das. Lauf. Was nun? Was nun? Und ist er da geil? Ja, ist er. Das war aber nicht nett. Was hat der Kojima sich denn da ausgetauscht? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Na, klasse. Scheiße. Ja. Ja. Das drückt jetzt perfekt aus. Da ist noch ein Koffer da liegen. Nimm deine Frache und tut uns den Schutz vor dem Regen. Da ist auch schon so hoch. Oh. Was ist denn noch mehr? Kur Point, die zu fahren müssen. Kurz vor dem Regen, ja. Oh, ja, klar. Ach, das hat er nach den Sachen gescannt, aber er bringt uns ja nix, dass den Händel gefahren ist. Okay. Ah, na. Aha, schön. Ich werde es schon mal nicht sehen. Da muss ich doch hier rumlaufen. Da muss ich doch hier rumlaufen. ein zwischenspiel erst erb und dann steuerkreuz rechts dann zeigt er einmal nur die höhle ist und Die Denudes... Totenkopf... Verhundert ist er jetzt, oder was wird das? Damn, das ist hier gefällig. Ah, das ist geladen! Geht's an! Ach, wir sind ja die Rechte runtergefallen! Pssst! Ganz los! Wie ist das denn jetzt? Ja, das ist geladen! Ja, das ist geladen! Ja, das ist geladen! Ja, das ist geladen! Der hat so schlechten Atem, da gehen die ganzen Pflanzen ein! Ja, das ist geladen! 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 Ulu Rue! Porter! Oh. Du siehst sie, stimmt's? Na, aber ich spüre sie. Also Stufe 2. Was tust du hier? Ich will nicht nass werden. Genau wie du. Der Zeitregen lässt nach. Mein Name ist Fragile. Ja, ich hab von dir gehört. Wirklich? Sam Porter Bridges. Der Mann, der liefert. 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 vertreibt den Zeitregen. Oh, wie lecker. Willst du für mich arbeiten? Ist sicher hart hier draußen so allein. Echt? Ich dachte, Fragile Express hätte genug Leute. Genug Verräter. Nicht mehr viel von uns übrig, bis auf ein paar ehrliche Menschen. Und dazu kommt, von mir ist auch nicht viel übrig. Bin völlig durchweicht worden. Da kann ich dir nicht helfen. Ich liefere Dinge ab. Mehr nicht. Hier ist Bridges Central Dispatch. Unabhängiger Lieferant Sam Porter Bridges. Empfänger erwartet Lieferung. Geht's in die Stadt? Ein bisschen gebottisch hier. Oder soll das so sein? Ist das gut? Oder kann das so sein? Diese Dinger bleiben nie lange fort. Der Zeitregen spult alles vor, was er berührt. Aber er kann nicht alles davon spülen. Die Vergangenheit lässt einen nicht los. Wir sehen uns. Sam Porter Bridges. Zeitregen untergetaubt. Wird ich schützen jetzt. So, nun muss er ja ein Paket hinzufinden, oder? Er hält ja nur Utropika. Die rote, weiß ist Blut. Ausdauer ist blau. Der auch noch. Da muss ich hin. Und wie? Wie komme ich da hin? Schätze ich mal, dass ich da hin muss. Ich glaube, da will ich gar nicht runter. Wir sollten jetzt nicht komfortabel bist. Bis zum nächsten Mal. Ich komme den hier irgendwie runter. Außer sich runter zu stürzen. Ich komme den hier irgendwie runter. Außer sich runter zu stürzen. Er geht eine gute Woche. Jetzt sind wir nicht so, ja. Er geht nicht so, ja. Hier geht ein paar Sachen. Da geht Masch, ja. Dann bin ich so, ja. Dann bin ich so, ja. Nein, nein, nein. Ich kann nicht so, ja. Wo kann ich denn jetzt hier irgendwie unterklettern? Keine Ordnung. Hier komme ich jedenfalls nicht. Ach, hier ist was. Ja, ich hab's gefunden. Okay. Aha. So, dann... Don't be so serious. 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 Oh, die Musik wieder nervt, Leute. Oh, das ist Team. Optionen und das schon mal ein bisschen leiser, aber ich will diese scheiß Musik nicht haben. Was ist denn das hier für ein Mist? Was ist denn das hier für ein Mist? Hm. Was ist denn das hier für ein Mist? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ich schaffe sie sind einladungskarte exon ich muss hier runter da ist die Grenze, guck euch das an vielen fang Access Permit Require, also Zuguserlaubnis, X, was auch immer das ist. Liefern. Teillieferung, ja, machen wir mal, tak, auswählen. Was hat denn so lange gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Es lag am Unwetter. Hat mein Motorrad und Fracht verloren. Da hat man dich wohl durch die Mangel gedreht. Du kommst unpünktlich, aber... Die Fracht ist in Ordnung. Gute Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Oh, die müsste ich denn jetzt noch suchen, wahrscheinlich. Habe ich runtergegangen, würden dann links wieder gehen und da findet man die irgendwo, ne? Was macht denn der jetzt noch hier? Achso, die zurückgelegte Distanz. Gesamte Wertung B. 3x vom Empfänger A weiter. Ich dachte, das wäre ein letztes Spiel. Ich dachte, ich bin im Urwald gestrandet. Oh, jetzt wird etwas ganz anderes. So, weiter. Roten Klasse 0, 0, 0. 7. So, was haben wir denn da jetzt alles? Keine Ahnung, was soll jetzt alles passiert? Weiter. Kann ich nicht. Keine Ahnung, kein Motorrad. Ideo Kuchiyama Kuchiyama Kuchiyama. Aha, jetzt kann ich da durch. Ne, da kommt er jetzt. Guck mal, was sieht schön aus dem Auto. Hat ja den Klingi getört. Aha, das ist ein lustig. Aha, ha, 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 ha. Na los, ab in die Hose. Hier, sieh's dir an. Das war ja auch nur der Prolog. Sieh's dir an. Der hat ein Date mit dem Verbrennungsofen. Wann ist er gestorben? Den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wohl vor über 40 Stunden. Er war nicht in Quarantäne? Er war nicht krank. Es war Selbstmord. Oh, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir ihn gefunden haben. Hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Zum Verbrennungsofen im Norden. Der Weg dahin ist voller G-Days. Gibt es keinen anderen? Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Dann verbrenn das arme Schwein doch gleich hier. Und das ganze Chiralium-Sonar bei der Stadt freisetzen, das geht nicht. Ist besser als der Weg zum Verbrennungsofen. Hey, wir schaffen das. Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Duums. Er zeigt bereits Anzeichen von der Große. Es muss schnell gehen, sonst knallt's hier. Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Na gut. Dann schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Porter. Nur Sam. Einfach Sam. Und ich sehe G-Days nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Ein Bridge-Baby, ja. Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Das ist immer ein bisschen das Gefühl. Tja, du verbindest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt. Richard Schultz. Oder wieder Film. Nochmal. Wie oft will der dir seinen Namen hier noch präsentieren? Nein, da passiert dann auch wieder was. Ja. Heute kaum vorstellbar. Wie du siehst, hat der gestrandete Tod große Löcher gerissen. Hat uns völlig fertig gemacht. Und wer das große Glück hatte zu überleben, wurde vom Zeitregen davon gespült. Dann tauchten diese Freaks vom Strand auf. Die Welten der Lebenden und der Toten vermischten sich einfach. Also, bitte nehmen da ein bisschen schieb. Dann suchen sich die Leute in den Städten. Und Booten wie du wurden auf Händen getragen. Wie weit noch bis zum Verbrennungsofen? Der Typ ist gleich so weit. Schmeiß ihn noch raus. Schmeiß ihn noch raus. Abgeschaffen. Wir Schweine haben uns da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Sam, kannst du irgendwas sehen? Nein. Nichts. Dieses B.B. muss kaputt sein, oder so? Das B.B. muss kaputt sein. Da waren sie, ich habe sie genau gesehen, die Handabdrücke. Das war ein, das war die Handabdrücke, die Handabdrücke und die Handabdrücke. Oh, come on. Mist, die sind hier. Ich kicke die nicht raus! Oh, shit! Sam! Sei ruhig und nicht atmen. Das ist ja kusend! Das ist ja kusend! Das war's. Oh, 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 oh. Hier sind schon ziemlich... Hilfe! Hilfe! Schraub mir halt! Schraub mir halt! Hilfe! Schraub! 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 Ja, was tun? Aufstehen ist schön! Schraub! 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 Das ist ja ein schlimmer Albtraum. Was sagt uns das? Gute Fische. Die Fühne waren. Der Stranding. Das sagt uns. Die Fühne sind knapp. Was kommt. Wenn ich euch nicht überlegen. Ich bin weg. Da! Ich bin weg. Lasz es nicht weg! Ich bin weg. Ich bin weg. Was ist denn da? Was ist denn da? doch was jetzt muss ich ihn jetzt wiederbeleben die 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 Mann, Mann, Mann. Bibi. Bibi. Bibi, kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Hier ist Papa. Erfolgreich wiedergegangen. Du weißt, ob die Dinger essen, die da. So, mal X hier und dann. Bibi. Bibi. Schlechten Bartwuchs für seinen Alter. Ganz ehrlich. Einst gab es eine Explosion. Eine Explosion, der das uns heute bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Da waren wir doch schon mal. Eine Explosion, die unsere letzte sein wird. Ja, dann. Ach, der lädt jetzt. Da sehen wir das Sternchen, was die Ladegeschwindigkeit anzeigt. Und dann ist es, was sie an die Schreiniger. Und dann ist es für Schreiniger. Und dann sein wird eine Explosion. Und dann haben wir das, was sie das machen. Und dann kann man den Angehörigen der Menschen Tempel. Und dann können die Schreiniger sein. Da ist schon ein Spielfortsetzen. Gut. Nochmal. Ne, woanders. Episode 1 Splitgate. Oh, du bist wach? Na, wie fühlt es sich an, wieder unter den Lebenden zu sein? Keine Angst. Ich bin Arzt. Also Rechtsmediziner, eigentlich. Nenn mich Deadman. Ich kenne mich gut aus mit den Toten. Natürlich nicht so wie du. Wirklich gestorben bin ich nämlich noch nie. Das würde ich nicht tun. Ich bin kein Experte, aber die Teile dienen deinem eigenen Schutz. Siehst du? Bin ich ein Gefangener? Das sind keine Handschellen, sondern topmoderne Geräte, die uns alle miteinander verbinden. Uns. Ach, uns. Jep. Bridges. Die letzte Hoffnung der Menschheit für die Zukunft. Oder auf ihre Rettung vor dem Aussterben. Gut. Der Film hat auch verstanden. Für später. Schau mal. Versuch sie an deine Haut zu drücken. Etwa so. Ganz ruhig. Das zeigt nur die gute Verbindung deines Koffers zu den Handschellen. Da. Sieh mal. Die Handschellen behalten dich rund um die Uhr im Auge. Das heißt, wir tun das. Wir wollen helfen. Was zum Teufel? Zwei Tage. Wir waren so frei, während dieser Zeit Proben deiner Körperflüssigkeiten zu nehmen. Ach, was. Du bist ein Wiederkehrer. Das macht dich sehr besonders. Was ist mit den Leichen entsorgern? Central Nod wurde bei der Annihilation ausgelöscht. Game over, Mann. Da ist nur noch ein Krater. Die Einzigen, die es überstanden haben, waren du? Kein Wunder. Und dein kaputtes Bridge, Baby. Geht's ihm gut. Ah. Es soll entsorgt werden. Funktioniert nicht mehr. Warum behalten? Ah. Wir haben alle verloren. Nicht nur die Leichenentsorgung. Mein Team. Das HQ. Ganz Redeford. Jede Seele in Central Nod City. Jetzt sind wir in unserer Basis, in Capital Nod City. Oder besser gesagt, im neuen Hauptquartier. Sudbury war die einzig logische Wahl. Aber unser Implementationsteam ist geschrumpft. Und können zwei Tagen keine Wunder vollbringen. Hier geht alles durcheinander. Zum Glück, zum Glück waren der Direktor und sein Unterstützungsteam nicht in der Stadt. Die Befehlskette bleibt also weiter intakt. Gott sei Dank. Ich tue das ungern so früh, aber ich habe einen Job für dich. Dieser Handabdruck, ist der von deiner Wiederkehr? Woher stammt der andere Abdruck? Von einer anhänglichen Frau in einer Höhle. Hm. Verstehe. Affe-Fosmophobie. Kein Wunder, dass du alleine da draußen warst, wo dich keiner anfassen konnte. Ich versuche vorsichtiger zu sein, Sam. Also. Der Job ist eine dringende Lieferung. Und zwar musst du der Präsidentin Morphin bringen. Nein. Präsidentin? Amerikas Geschichte. Geht's um den Bürgermeister von Central Nord? Nein, 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 nein. Den meine ich nicht. Amerika lebt weiter, Sam. Die Präsidentin hat Krebs im Endstadium. Ihr Zustand ist kritisch, aber es bleibt noch Zeit. Warum ich? Pass auf, Sam. Tu es einfach. Ich verspreche dir, es hat alles seinen Sinn. Warum machst du es nicht? Weil ich nicht wirklich hier bin. Tut mir leid. Das ist nur ein Chiralogramm. Und jetzt kommen mir die Tränen. Allergische Reaktion auf die chirale Übertragung. Eigentlich bin ich drüben in der Isolierstation, im großen dreieckigen Gebäude. Hier ist das Morphin. Hiermit schließt Bridges einen Vertrag mit Sam Porter. Ach komm, ihr habt doch Morphin dort. Was ist los? Sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit, Sam, ist, dass Amerikas letzte Präsidentin dich persönlich sehen will. Willst du ihr das wirklich verwehren? Ja? Was willst du? Ja. Was willst du? Was willst du? Sehr gut. Wir sehen uns dann in der Isolierstation. Knipp ist er weg. Ich sag mal! Das ist ein kleiner Verkmonter. Scanner gestartet. Bridges cited werden gescannt. Id wird geprüft. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Willkommen Sam Porter Bridges. so will ich mal gucken speichern ist abgeschlossen dann sage ich erst mal danke fürs zuschauen bis hierhin soll es erst mal reichen jeder hat jetzt einen eindruck was das für ein spiel ist was man da machen kann oder auch nicht da kommt vielleicht noch ein paar überraschungen über das will ich keinem vorweg nehmen ja wenn es dir gefallen hat freue ich mich über ein gefällt mir noch mehr natürlich über ein abo und ich freue mich auch wenn du beim nächsten video wieder dabei bis dahin wünsche ich dir ganz viel spaß beim selber spielen und sage tschüss